Gib die 13. Mathe-Hausruhe. Jetzt, das gibt's doch nicht. Du hast jetzt immer abgeschrieben. Jetzt machst du doch einmal selber, weil der Schuhbieter hat gesagt, wir sollen die jetzt unbedingt selber machen. Wir werden nächste Woche Schularbeit. Genau über das. Ja, denkst du wirklich, ich check das, gib jetzt her. Na gut, ich hol sie. Der checkt das doch eh nicht. Da hast du sie. Gut, aber auch Zeit. Sehr kann, was soll das? Das ist die Hausübung von letzter Woche. Den bring ich um. Da. 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 Jetzt habe ich ihn endlich abgehängt. Untertitelung des ZDF, 2020